Reality-TV-Teilnehmerin, Model, Schauspielerin, Moderatorin und DJin, Julia Siegel, ist ein absolutes Multitalent. Aktuell sorgt sie mit ihrer Teilnahme bei Ich bin ein Star, Showdown der Dschungel-Legenden für, negativ, Schlagzeilen. Doch was ist eigentlich über ihr Privatleben bekannt? Alle Infos über ihren Partner und ihre Kinder hier. Julia Siegel gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Vom Dschungelcamp über Promis unter Palmen bis hin zu The 50, es gibt kaum eine Show, in der die Tochter von Musikproduzent Ralf Siegel noch nicht zu sehen war. In den Formaten spricht Julia häufig über ihren Partner und ihre Kinder. Doch was ist über jene eigentlich bekannt? Julia Siegel hat schon einmal Ja gesagt. Von 2000 bis 2008 war sie mit dem Unternehmer und Wirtschaftswissenschaftler Hans Wehrmann verheiratet. Seit 2016 ist sie mit Ludwig herliert. Der Profikoch steht eigentlich eher hinter dem Herd als vor der Kamera. Trotzdem haben Julia und Ludwig in den vergangenen Jahren gemeinsam an einigen Reality-Shows teilgenommen. Die beiden führen keine klassisch monogame Beziehung und haben folglich kein Problem damit, wenn mal fremdgeknutscht wird. Die beiden führen keine klassisch monogame Beziehung und haben folglich kein Problem damit, wenn mal fremdgeknutscht wird. In einem Interview mit dem Berliner Kurier erklärt Julia Siegel, bei uns gibt es keine Eifersucht. Und ich sage jetzt mal so, wir haben keine offene Beziehung, aber wir holen uns das, worauf wir Bock haben. Julia Siegel ist Mutter von drei Kindern. 1995 kam ihr erster Sohn Marlon auf die Welt. Der Kindsvater ist nicht bekannt. 2002 wurde sie dann Mutter von zwei herigen Zwillingen, Mia und Nathan. Vater ist ihr Ex-Ehemann Hans Wehrmann. Mit ihrem aktuellen Partner Ludwig Heer hat Julia Siegel keine gemeinsamen Kinder. Im Gegensatz zu ihrer berühmten Mutter sorgen Julia Siegels Kinder kaum für Schlagzeilen. 2021 änderte sich das, als Nathan sein öffentliches Coming-out hatte. Gegenüber Bild am Sonntag erklärte Julia, die auch als Model, DJing und Schauspielerin tätig ist, damals, eigentlich wusste ich schon immer, dass er homosexuell ist. Oder dass er zumindest eine ausgeprägte feminine Ader hat. Einen homosexuellen Sohn zu haben, bezeichnete sie in dem Interview als Geschenk, weil er immer sehr eng bei der Mama ist und auch lange bleibt. Aber deutlich Leute soll auch hier auch mit der Mama sind nie das ist. Das ist ein Frech der Minette noch nicht was. Ah, da ist es, dass er mich bei der Maschalt hat humans gesagt. Vielen Dank.